ja willkommen zu diesem video ich erzähle euch heute ein bisschen was über das update und zwar über dieses wunderbare sneak peek man sieht hier im bildschirm minus 50 prozent beim baum das heißt er braucht 50 prozent weniger also zeit um halt gemacht zu werden ihr seht auch da oben sind sterne das heißt bei fünf stern braucht man also brauchen die leute oder der baum die felder das boot die maschinen nur noch die hälfte bei zwei stern 20 prozent bei drei stern 30 bei 4 40 und bei 10 10 prozent ja wie bekommt man diese karten wie funktioniert das ganze das erkläre ich euch jetzt also ihr könnt diese karten erstmal sie kosten nichts ihr könnt diese karten beim bei der derbybelohnung bekommen ihr könnt diese karten wenn ihr das raddreht bekommen durch briefträgerpakete durch globale events durch eure boxen die ihr in der stadt sowie auf der farm findet und durch levelbelohnung das heißt wenn ihr in dem level eine gewisse grenze erreicht bekommt ihr keine ahnung 5 äxte dort bekommt ihr jetzt auch wahrscheinlich eine karte so diese booster machen eure farben natürlich schön und wahrscheinlich gibt es 80 booster karten das heißt es gibt 80 verschiedene karten die man im spiel benutzen kann so wie geht das ganze man kann drei booster gleichzeitig speichern aber man kann sich auch mehr slots kaufen das heißt so heißen jetzt drei booster bekommen hast drei karten kannst du dir noch eine mieten das sei noch eine karte bekommen kannst kostet aber wahrscheinlich diamanten so alternativ in einem booster speicher voll ist und wenn du eine neue bekommst kannst du ihn entweder behalten oder ihn mit dem anderen booster austauschen also man kann dann entscheidend wenn ich jetzt hier im baum booster habe bekommen feld booster kann ich sagen aber feld booster austauschen gegen baum booster ja mache ich so kann man das machen so standardmäßig hat man ein steckplatz für aktive booster das heißt nur einer kann aktiv sein von den drei die man hat aber man kann noch weitere slots mieten also man kann dann zum beispiel felder booster und äpfel booster nehmen kann ich dann mieten und die beide benutzen aber ich kann nicht zweimal baum booster benutzen das heißt nicht zweimal apfelbaum dass er halt ja nicht so viel braucht also nicht so lang dauert und wie ich schon am anfang gesagt haben mit den sternen das heißt alle booster sind von 1 bis 5 stern bewertet wobei 5 sterne die besten sind zum beispiel kürzere produktionszeit und längere dauer das sieht man auch hier beim baum da stehen minus 40 prozent braucht aber 48 stunden da sieht man hier bei tom minus 20 prozent 12 stunden ja und auch beim boot sind wir das 25 prozent 18 stunden also so lange hat man dann glaube ich diese karte 18 stunden 12 stunden und ja das ganze ist freigeschaltet ab level 35 ich glaube ab level 35 weil man vorher eher nur das und muss bekommt und das ungefähr dann so zusammenhängt also ich finde das cool dass es halt kostenlos ist dass man es so benutzen kann man muss keine diamanten ausgeben und das ist halt das coole dabei ich bin hier im hotel forum hier stehen ein paar infos und ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was erklärt ein bisschen helfen dabei das etwas mehr zu verstehen freut mich auf jeden fall zum beispiel wäre hier diese aktive karte du bekommst dann für drei tage für drei stunden also für drei stunden extra und dann kann man halt sagen ich will die karte aktivieren wenn du jetzt eine tom karte bekommt mit fünf stern dann kannst wahrscheinlich tom neun oder zwölf stunden kostenlos bekommen also das sind es ist einfach so ein extra feature um mehr sachen zu bekommen das ist cool das hilft in der farm das hilft beim leveln mit tom ist cool mit ernest und rose mit den bäumen mit den feldfrüchten es ist alles geil ja also ich freue mich ich hoffe ihr freut euch auch ich konnte euch das ein bisschen erklären und ja wir lassen uns überraschen ciao